Für dein Schultermount beginnst du am besten erstmal auf dem Boden. Nimm dir dazu eine Matte und pack sie wirklich an die Pole eng ran. So und dann positionierst du dich so, dass du mit der Schulter nah am Hals an der Pole legst. Hier hast du einen Knochen, der tut weh. Hier ist so ein schöner Muskel, der ist bei den meisten sehr verspannt, deswegen tut es da vielleicht ein bisschen weh. Aber da gehst du rüber. Im Stehen hast du die Pole zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule, also wirklich auf den Muskel. So und dann probierst du natürlich immer beide Seiten. Für das Conditioning Training am Boden natürlich auch. Wir starten in Rückenlage. Ich fange jetzt an, dass ich meine rechte Schulter an die Pole bringe. Das heißt, mein Kopf ist seitlich. Von hier gehe ich jetzt erstmal in Double Cup Grip. Du kannst verschiedene Griffe probieren. Du kannst auch in den Chew, Chew, Cup, Chew, umgekehrt. Probier dich da einfach so ein bisschen durch. Okay, die erste Position. Wenn du hier am Boden liegst, ziehst du erstmal deinen Bauchnabel nach innen, so dass du quasi hier keinen Hohlkotz mehr hast. Diese Spannung behältst du bei. Von hier. Die Ellenbogen ziehe ich eng zusammen. Ziehe ich jetzt meine Knie Richtung Schultern. Das heißt, zuerst arbeitet dein Hüftbeuger. Bauchtechnisch passiert da nicht so viel. Es ist erstmal nur das hier. Und wenn du deine Knie hochgezogen hast, dann kommt jetzt der Crunch. So, jetzt kommt die Hüfte hoch und du streckst aber auch gleichzeitig deine Beine aus. Zack, Füße zum Boden und hoch und langsam wieder nach unten und wieder absetzen. Ja, mach das wirklich bewusst langsam, dass du ganz kontrollierst in deinen Bewegungsablauf hier reingehen kannst. Ja, ohne dass du ins Hohlkotz fällst. Also Bauchnabel nach innen, Beine beugen. Komm hoch, bring die Füße Richtung Boden und komm langsam wieder zurück. So, solltet ihr das hier leicht fallen, machst das Ganze mit gestreckten Beinen. Und das kannst du jetzt beliebig variieren. Ja, also passt das deinem Level an. Wenn auch das dir jetzt zu leicht gefallen ist, dann ziehst du jetzt richtig hoch. Umso höher du mit der Hüfte gehst, desto intensiver wird das Ganze. Ja, also von hier Füße Richtung Pole. Ja, und jetzt schaue ich aber, dass ich weiß, so 90 Grad Winkel bleibe. Das heißt, meine Fußspitzen wollen zur Decke und ich gehe trotzdem mit der Hüfte hoch. hier. Zack. Und wieder absetzen. Und jetzt probierst du es einfach mal in verschiedenen Griffpositionen. Und schau, was dir am einfachsten fällt und wechsel dann natürlich auch die Seite. Ja, denk dran, nah am Hals, die Auslastungsknochen, der tut weh. Ja, der Twisted Grip geht ja auch noch. Oder der Princess Grip, das heißt, mit dem einen Arm bin ich verdreht, mit dem anderen bleibe ich im Cup Grip. Ja, probier dich hier, wie gesagt, durch. Im Straddle. Lang, ein Bein beugen, ein Bein lang, Splitt. Ja, also gerne noch so ein bisschen Shapes mit den Beinen probieren. Ja, also guck einfach mal, was dir Spaß macht, weil wenn du in deinem Schultermann bist, dann bleiben wir da ja auch nicht, sondern da eiern wir ja auch so ein bisschen mit den Beinen rum. Ja. Du kannst auch hier im Straddle starten. Das heißt, jetzt die Beine auseinander. Gestreckt, 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 hoch. Erstmal nur der Hüftbeuge. Und jetzt kommt der Crunch. Hoch. Und jetzt langsam. Das ist natürlich auch ein richtig, richtig gutes Trizepstraining. Ja, so. Das Wichtigste, damit du dich kontinuierlich steigern kannst, zähle deine Wiederholungszahlen und mach auf beiden Seiten genauso viele. Ja, hast du zehnmal mit rechts gezogen, ziehst du zehnmal mit links. Gut. Shouldermount Condition Training on the Floor. Das ist lockingest Blast esempio. Und jetzt sind dir pressures und drüber, die oben mit rechts. Das ist es Questions bat.